Da oben. Babys. Was? Die laufen noch Babys rum. Hier laufen Babys rum. Die sind langreifend ein Babys, klar. Bei dir. Wo ist denn? Keine Ahnung, hier ist noch einer. Der ist tot. Und noch ein Baby. Das Baby konnte nie... Vorsicht! Ja, wir schaffen kleine Kinder. Hier liegt wieder was in den Löschfüssen. Was haben wir denn hier? Gibt hier jetzt was zum in die Luft... oder? Ne, das ist nichts zum Sprengen. Was? Warum gehst du jetzt weg? Ne, der kommt nicht nochmal, ne? Ne, der verpasst gerade richtig viel. Alter, das sieht so geil aus da oben. Die hat so ein Auge gehört, oder? Ja, da unten ist das Bogen. Ja, das höre ich auch, aber ich weiß noch nicht was das ist. Die rennt auf jeden Fall irgendwo, aber ich seh's nicht. Ich hab nur noch 27% Akku, ne? Alter. Alter, wir... Mal sehen was uns hier hart ist. Das sieht so geil aus einfach. Aber noch kurz. Äh, wo bist du? Okay, da bist du hinten. Okay. Ups, da hab ich schon noch geschafft. Das ist, wo man eigentlich Batterien findet? Äh, im Invertal meinst du? Nein, nein, generell, wo man Batterien findet. Ne. Alter, wie geil. Ich hoffe noch, man kann das später in der Aufnahme überhaupt sehen, weil es so dunkel hier ist. Ja. Alter, was ist... Vielleicht waren noch ein paar Molotovs, ey. Richtig. Mach dir auch ein paar Molotovs schonmal. Dann kannst du mir Boost mitnehmen. Ja, ich nehme gerade ganz viel Kleingeld mit, was hier liegt. Die Dinger und ganz viele Käfl... Die Kettensäge! Hier ist die Kettensäge! Äh, 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 die Kettensäge! Hier! Warte, 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 äh... Hier ist die Kettensäge! Kettensäge, 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 Kettensäge! Ich hab sie! Und Benzin. Das macht so Bock damit, Bäume zu fällen. Der Arm, ne? Der tut's den ganzen Weg nochmal hier runterkettern. Ich hab keine Ahnung, wie wir hier gekommen sind. Wovon mir gerade einfällt. Glaubst du, wir kommen hier wieder raus? Wir fangen ein neues Leben, man! Ich muss gerade erstmal... ...Moletop hier machen... Ups! Da ist das, Alter! Wie das in der Höhe schallt! Sollen sie nur kommen, die Eingeborenen! Oh, wie geil! Ja gut, wo geht's hier weiter? Warte, warte, ich krieg' kurz was! Hier geht's auch wieder hoch! Klar, lauf aber weiter! Oh, Alter, was meinst du, wie Bock das jetzt macht, Bäume zu fällen? Wie schnell das jetzt geht! Lass es mal hier hochgehen! Kann man eigentlich auch schnell nach oben? Ja, kann man! Oh Gott, wo kommen wir denn jetzt hin? Ich weiß es nicht! Und warum ist da doch irgendwie noch unter Wasserhöhlen gehen? Weißt du, wo die sind? Nein! Ich weiß aber, dass wir auf jeden Fall was essen mussten! Jetzt bin ich gar nicht weg! Mach'n Feuer! Ne, ich hab' schon gegessen! Oh nein! Hier geht's auch wieder runter, ne? Rechts und links! Okay, da geht's hoch! Rechts, dann gehen wir da nicht hin! Wie kommen wir denn da hoch? What? New Item Added to List? Okay! Was für ein Item ist denn das jetzt da jetzt neu? Hä? Wo lese ich denn jetzt hier was jetzt hier raus ist? 10 Ways to Climb Rockwalls Machen wir dazu irgendwelche speziellen Unterlagen? Das müssen, es gibt also anscheinend die Möglichkeit irgendwie eine Wacht hochzuklettern Na, du Scheiße! Wir müssen das irgendwie gleich markieren, ne? Dass wir hier mal wieder hinkommen Soll ich das machen? Äh, ja Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Ich hab's grad gefunden! Warte mal! Was dann? Climbing Rope hab' ich grad! Achso, willst du Climbing Rope setzen? Achso! Ich dachte mal, kann das jetzt... Ah, okay! Ne, dann nicht! Kann ich das... Kann ich das... Kann man nicht einfach so dran setzen, ne? Ne Ich dachte jetzt kurz mal, kann's da einfach so dran setzen Achso, achso Mach den mal in, äh, in einer anderen Farbe Dass wir hier quasi so einen Leitfaden haben Dann setzen wir uns nachher an den Höhlenausgang irgendwo wieder gelb hin Ich hab's jetzt rot hin Ja, okay, rot Ähm Ja, so... So Climbing Rope kann man ja nicht jetzt einfach so machen, ne? Also... Ne Du kannst hier irgendwie hoch springen, die Dinger, aber ich weiß halt nur nicht wie LOL! LOL! Puh! Hast du das gesehen? Hab's doch nicht ganz verstanden Das war grad Zufall Ich hab's grad auch nicht, wie ich das gemacht hab Ich bin da fast komplett hochgekommen Hä? Was? Nein! Nein, komm schon! Oh, nochmal! Nochmal! Komm! Komm! Du schaffst das! Du schaffst das! Na, was? Also irgendwie ist das möglich, da hochzukommen nur... Ach, ich weiß, wie du da hinkommst Wie? Du brauchst so'n... Hier, guck mal hier, guck mal hier, äh... Geh mal da hoch, guck, 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 guck mal nach oben Ich brauch so'n Eispickel Siehst du das Symbol? Wo siehst'n du das? Wenn ich zur Wand gucke nach oben Seh' ich... Seh' ich die Wand? Seh' ich bei der Wand? Eispickel-Symbol Das seh' ich nicht Das hätt' ich grad' eben Achso! Ja, doch! Ja, hier, hier, hier Ich seh' es hier leicht an der Wand Wir brauchen da für'n Eispickel Ja, den findet man auch irgendwo Ja, und dann können wir da hoch Alles merken uns Oder man macht's einfach so'n wie ich Sorry, ich hab' keine Ahnung wie ich's gemacht hab' Nein, 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 nein Nein! Ich geh' tschüss! Oh Gott! Oh Gott! Dann kann ich hier oben vielleicht die Scimering Rope setzen Ficker, Ficker, Ficker Ficker, Ficker Ist auch schade Ja! Ah geil! Okay, so kann man's auch machen Oder wir finden einen kleinen Rope Oh Fische, warte, warte Warte, warte Warte In sickern auch nós Wir brauchen auch schon hin Jahre Wege, die wir gehen können Geld, gel 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 Ich geh' dir einfach wieder an der Notiz Ich geh' dir schon hin kannst du nicht so ein Spielzeug upcraften hey, ich krieg's den nicht mehr weg oh, wir müssen was zu essen was zu essen Geld? Hast du Geld? hast du Geld? ach, hier geht's auch wieder lang ja, warte, warte ah, ne, hier geht's nicht weiter also wir haben zwei Wege hier was? wen noch? dann diesen Weg und wir haben den Weg die beiden Wege also erstmal wisst es und jetzt noch ein Fisch du kannst die Fackeln leider nicht kombinieren mit den Schwerden oder? ja, so ah, broken äh, nicht kombinieren, aber dass du sie so in einer Hand halten kannst also jeweils ich hab schon zwei Stück von Timmy's Toy ja, hab ich auch aber wie kann ich jetzt wieder das Feuerzeug auswählen? ich will nicht die Tasche haben, ich will das Feuerzeug haben äh, wie wie, hallo okay was ist das? ähm in welche Richtung? ich lasse mit den linken boah ffff ffff okay, geht's wieder raus ja, es geht hier wieder ja, es geht hier wieder guck mal, grad ah, cool willst du sie wieder markieren? mit Rosen? immer ich ja, ich kanns auch machen oh, guck mal oh, guck mal guck mal, die Blaura da komm ich grad so weit weg ne cool ach, hier liegt ja dann eine Unterlage was haben wir hier ein Bild vom Wald die Bilder voll schlecht, ey weil mir werden die komisch gehalten ja ich geh wieder rein ich geh wieder rein leck, leck, leck ähh ich bin dran ich bin dran dann lass uns gleich, wenn es da nicht weiter geht wenn es da nicht so sehr weiter geht, dann lass uns wieder mal zum Konspeichern, ne oder was willst du? ne, halt über den Ausgang hier rausgehen ja klar der andere Ausgang, der war ja nur einfach rausklettern voll klar, aber ich glaub hier ist die erste Unterrassehöhle wollen wir tauchen? hier gehts lang, hier gehts lang und ich glaub hier ist Ende, ja hier ist Ende ja, bevor ich tauche, warte mal den Tauchanzug haben wir noch nicht, ne? ne, ich geh wieder hoch, ich geh wieder hoch, ich hab Angst ohne Tauchanzug hab ich Angst ja, ich will mal gucken, ob wir den schon noch haben und ob wir den tauchen können oder so ne, haben wir nicht, haben wir nicht, wir müssen den finden, glaub ich ja, ich hab nur, ne, hab ich schon nicht ich hab nur die Kanister ne, kann nur wer auffinden ne, kann nur wer auffinden ne, kann nur wer auffinden ne, ich tauche, das geht mal so weit wie möglich nach vorne oh, ich bin jetzt scheiße also ich kanns aufjelfall durch diese Dinger durchschwimmen das geht das ist kein Problem Oh Gott, nein, oh Gott, nein, das tue ich mir nicht an, ich weiß nicht. Ich weiß, ich bin mir voll unsicher da. Ich weiß halt nicht, wie weit das auf die andere Seite hoch geht, ne? Ja, wir riskieren es nicht, ne Mario, nein. Alter nein, riskieren wir es nicht, es ist unnötig, warten wir uns für das Schritt. Das ist nicht zu krass, dann brauchen wir erst noch ein paar Wandeln. Schack mich, wo man den findet, der ist auf der anderen Seite. Ist sowieso so asozial. Ich will jetzt aber sagen, wir gehen jetzt raus. Ja. Fehler raus, 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 keine Fehler raus. Bleibt stecken. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Hauptsache, ein halb Meter so vorder Höhen. Alter, der Höhen ist einfach das Cockpit. Aber ihr könnt euch ausnehmen. Alter, wir haben die scheiß Motorräder. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall machen, wenn wir beide, wenn wir wieder zu uns aufnehmen. Wir nehmen uns beide die Motorräder und rennen beide, dann wird auf Julius los. Oh Gott. Ja, da hinten geht es nicht schon keiner. Das ist aber richtig schön. Leute, eine Schlitzkröte. Zülte die. Zülte die. Zülte die. Kaffee. Kann schon. Komm raus. Wie lange dauert das bis sie rauskommt? Keine Ahnung, diese Schlitzkröten töt' ich nie. Zülte immer die anderen, die sich ihren Kopf nie stecken. Secken. Ah, da kommt sie wieder. Komm raus. Noch ein Versuch, danach hör es auf. Danach darf sie leiden und mit den Schmerzen leben. Na komm. Ich habe gerade eben ein Lizard getötet und genau da ich ihn getötet habe, ist ein zweiter gespawnt. Ha, ich habe es geschafft. Alter, ich muss jetzt wieder üben mit meinem Fallenbogen. So, ich bin auf dem Weg. Wo gehst du eigentlich hin? Füllte Lizards. Okay. Ich gehe erstmal wieder nach Hause. Und dann probiere ich die Kettensäge aus. Habe ich eigentlich schon diesen Beutel für Bären? Nein. Super. Oh ja, Bären. Oh ja, super. Dazu brauche ich Haselfeln, ja? Oder? Ja. Ja. Das ist kein Hase. Das ist kein Hase, das ist kein Hase mehr. Ein eingeborener? Ja. Ein eingeborener Hase. Ein eingeborener Hase. Oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Ja, okay. Hey, ist noch Koffer. der ex tennisball ich will keine tennisbälle damit kann man nichts anfangen ex tennisbälle wo ist hier noch ein hase oh 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 Guck, guck, guck. Ich gucke Sie da. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020